recht herzlich willkommen zur 94 folge von towns ja wir sind hier im spiel und haben letztes mal unten was aufgerissen dass da löcher weiter in der wand gemacht werden zweite etage war das hier da war auch neue entdeckung guck mal er macht den letzten weg dann ist der durchgang da und hier sind sie auch schon zugange super ja da laufen sie auch da auch gut läuft da also auch wenn auch interessant zu sehen was hier passiert wenn der mann hält vorbeigucken würde wäre auch nicht schlecht das ist noch tiefer okay dann gehen wir mal höher und gucken was unsere plantage macht ne plantage okay da fehlt noch was für die bieren abfällt ist ja hier werden sind ja hier ok wird auch abgeerntet so erste reihe ist fertig das heißt wir können auch bieren wollen wir jetzt setzen das waren die und die zweite reihe wäre dann auch schon völlig wenn der eine nach fertig wäre dann können wir das gleich komplett machen aber sie läuft gerade keiner hin da kommt da oder da kommt die da wird schon eingesetzt und da wird auch umgegraben wunderbar dann geht das auch sofort und dann können wir das auch pflanzen super ok machen wir da mal aus ja hier ist alles gut ich weiß gar nicht aber 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 hier können sogar 24 leute in der untersten etage pennen dann aber wenigstens noch mal 2 4 6 18 12 14 16 18 18 20 22 23 in der oberen also 47 sind das dann oder die können hier schlafen so viel haben wir noch nie glaube gehabt wäre schön wenn wir die alle kriegen würden aber das liegt so ein bisschen an unser happiness die bei 49 44 am ende ist 29 haben wir es hält oder was ist das ich weiß es gar nicht gut so getreide wird gerne wie sieht es überhaupt mit essen aus zwei brote 12 äpfel keine birne das nicht gut wäre schön wenn da was passieren würde na wir bieten wollen wir hier eine reihe auch nur okay das ist natürlich nicht viel dann ist das schon richtig dass wir die doppelte menge gemacht haben wo wir hier auch schon wieder aber ernten könnten aber wollen wir mal nicht weil wir wollen gucken dass wir hier was hochkriegen aber das spiel ist in pause kann das sein ja drei sprider nichts besonderes kriegen wir so hin ja letztes mal mal hier noch ein färg gemacht oder haben wir nicht oder haben wir doch nee wir wollten oder habe mich vertan ja machen wir aber auf jeden fall noch was hin ich war jetzt von überzeugt dass wir das schon gemacht hätten was machen wir mal schieb haben schieb haben wir noch gar nicht machen wir so oder so kommt man mal so und dann muss da noch ein zaun drumherum holzzaun das sieht ja alles doof aus ach doch dass man diese machen wir so und dann nehmen wir eine tür daraus das weg genau und da kommen die türen da müssen wir nicht immer anklicken ich klicke da immer an die türen waren hier oben und das war diese tür passt schafe sind schon da so und der fähig ist fertig fehlt noch die tür dann ist alles gut ne ich glaube wir haben zweimal drauf geklickt oder so schnell muss es dann auch nicht laufen gut war hier nicht gerade einer hat so der ist zum ernten reingelaufen und die bäume sind hier schon alle hoch das ist doch cool aber rot haben wir wieder ordentlich zwölfe neun und neun auch gemüse haben wir jetzt 32 ebbenes geht nach oben das ist super helden haben wir zwei ist wieder einer gestorben wird nur in der letzten folge noch drei oder naja soll wohl werden gucken wir nach unten wie weit ist das mit den gängen die müssten eigentlich gut gemacht worden sein alle durch hier hat aber keiner reingeguckt dann würde ich sagen machen wir einfach hier weiter 1 2 3 dann muss es dahin zack schauen wir mal was wir da durchbuddeln so hier wäre 1 2 3 1 2 3 das bedeutet hier muss man durch ja machen wir mal gucken was passiert entschuldigung buddeln war happiness 31 ist runter gegangen ok da war noch einer drinnen und so wie es aussieht ja da hinten ist auch noch was aber ich glaube da ist keine große kammer ne minimal aber ein paar zum kämpfen waren da ne mehr nicht ok der helte kommen ein bisschen zu spät sind schon alle tot super ok was macht die treppe eigentlich die ist schon gemacht das bedeutet da ist die treppe dann müsste sie warte das ist der grundruss wer wirklich ist na ja dann bedeutet dieses ist da die treppe das müssten wir da meine leder machen und hier müssen wir meinen machen dann müsste eigentlich die treppe passend gemacht werden ist nur die frage ob die das können von unten weiß ich nicht ob man das bearbeiten kann da kommt jemand vielleicht geht es ja sogar sieht wohl so aus ja hat geklappt so und da kommt eine leiter hin und dann müssen sie eigentlich auch in diese etage schaffen wenn ich jetzt so tief ich glaube jetzt bin ich zu tief gelandet genau hä ach da gut gucken wir mal da wird noch gebuddelt und da oben auch geht er durch ah da läuft einer nach unten der baut jetzt hier unsere treppe weiter denke ich mal und dann müssten wir da ja gleich ah guck mal da müssen wir hier den weg machen damit man da hoch kann interessant ist dass die spinne nicht angegriffen hat ja jetzt brauchen wir einen der da hingeht ne das weg macht und der wird dann auch den angriff fahren müssen wahrscheinlich da kommt die person die das dort übernehmen wird gucken wir mal wie weit das klappt nix passiert aber ich bin da ist auch da aber nicht darunter gegangen okay da müssen wir auf dem held warten der das mal erforscht als erstes ne gut der schweizer käse wird hier fertig und das sind 1 2 3 1 2 3 das würde nochmal 1 2 3 1 2 3 ja das würde bedeuten müssen wir in die nächste reihe machen aber bis dahin erst mal durchziehen und licht brauchen wir ja auch noch wir müssen erst zurück zurück Deko, Kerzen, Kerzen fangen wir hier hinten an oder? 1, 2, 3 das bedeutet hier müsste die Kerze stehen aber wir stellen sie da ein weil der Gang war schon da ne? ne das wäre dann blödsinn das so zu machen der Stein erstmal weg und dann da die Kerze doch hin und wir müssen definitiv dann hier damit das symmetrisch nachher ist den Gang dann doch weg machen wenn mich nicht alles täuscht muss das so passen so 1, 2, 3 1, 2, 3 das würde bedeuten da muss auch wieder ein Gang hin so sollen wir den schon ganz durchziehen? natürlich ordentlich zu buddeln dann ne? aber machen wir mal einfach so was macht die Happiness überhaupt? 37 oh die ist ziemlich hoch Steine klopfen macht wohl Spaß und der geht da oben hin und macht da schon ah die Kerze ist gekommen aha ja wir müssen noch mehr Kerzen aufstellen ne? ich glaube das passt so ne? da den weg ah ah den weg 3, 6, 7 das bedeutet da der auch weg und dann können wir da Kerzen hinstellen da da und da machen wir gleich hier weiter 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Leuchtweite und da müssen wir erst was wegbuddeln dass es dann da weiter geht 3 dann geht das tatsächlich da hin so gut haben wir gemacht sollte funktionieren hier mal hoch gucken wie es da so aussieht Äpfel und Birnen kann man pflücken Brot ist wohl da sieht nach reichlich Brot und so aus gucken wir mal genau rein ja 12 wieder 7 10 Obst und Gemüse kein Problem Happyness 33 ein bisschen gefallen müssen wir wieder hoch kriegen schade naja aber werden wir auch noch hinkriegen denke ich gut aber dann würde ich erst mal sagen soll es für die Folge wieder reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss hier guckse Vielen Dank.